Nächste Road to Wrestlemania steht an. Jetzt was ändern. So, was haben wir gemacht? Äh, Triple H ist durch. CM Punk ist durch. Jetzt will ich jetzt schon den Undertaker spielen? Eigentlich nicht. Und auch John Cena hat er auch nicht so durch. Ich würde mir gerne den Undertaker zu plus aufberan. Einfach weil es der Taker sind und Wrestlemania da sehr speziell ist. Deswegen, komm, John Cena, Taker, aber springen wir kurz. 83 Tage bis Wrestlemania 24. Hassel, Loyalty, Respekt. Missed, da kann er los. Missed, da kann er los. Die Zeit ist nicht so, wenn du kannst. Oh, die Väter haben es gebrochen. Das ist gut. Cina sucks. Hi. My time is now. My time is now. Okay. Let's go. Let's get to business. John Cena. Oder wie... Wie hat Santino Marilene nochmal genannt? Scheiße. Das war irgendwie witzig damals. Aber Santino Marilene war eh speziell. Der war cool. My time is now. You can see. Na, was hast du uns zu sagen? I want you all to know that I'm very happy to be in New York City. And I'm sure to give Mr. Kennedy a fight for me again. But that's not why I'm out here. I want to look for the future for a minute and talk about next week. Which is WWE's tribute to the troops show. The WWE Superstars are gonna try to put some smiles on the soldiers' faces. Der Ersatz hat einen sehr fahrenden Beigeschmack. And of course, we usually get many of those smiles ourselves. Last year I met some good friends out there. And I'm hoping to see one of them again this time out. So until I see them personally, I'm dedicating tonight's match. Where I'm gonna give Kennedy the fight of his life. To Tony. And the other men and women protecting the USA. You heard me? The USA. USA. John Cena am Mikrofon. Das war verdammt gut. Let's get to business. Ne, warum ich gerade meinte Vater Beigeschmack. Weil ich glaube, da war irgendwas mit Ashley damals, ne? Dass sie bei Tribute to the Troops irgendwie... Ja. Nicht so gut behandelt wurde, um es mal vorsichtig zu formulieren. Deswegen hat das einen sehr fahrenden Beigeschmack. Mister! Da ist er wieder. In jedem verdammten Spiel geht der mir auf den Sack. Kennedy! Der geht mir so auf die Nerven. Ich glaube, in 2010 war er schon nicht mehr da. Glaube ich. Aber ich kann mich auch irren. Und deswegen... Garantiere ich für nichts. Cena hat auch ein cooles Milchset. Wow. Nein, ich bin... Oh, ich bin falsch. Das hast du gehört. Warte, die Q ist aus. Hat der gerade gesagt, die Q ist aus? Wollte ich gerade sagen. Was labert der denn? Kennedy! 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 Hör mal, geht's dir nur gut? Ausgewinnen. Bam, bam, bam. Kennedy kriegt den Mund vor. Da können sie aber von ausgehen. Und wieder auf den Kopf. Ich glaube, es ist dumm, dass ich auf den Kopf gehe. Ja, es ist sehr dumm, weil mein Finisher zählt auf dem Oberkörper ab, ne? Ich hab ne andere Idee. Ich hab ne ganz andere Idee. Ist das der Signature-Ruf? Jawohl, da ist er! Wie kennst du ihn? Ich hab ne immer einen Mailman-JR gesehen. Oh, Mann. Ich weiß, wo das ist. Weil ich habe eine Gefühl, dass er das verdient wird. Und Sina connecte. Das war sehr Glück, auf den Signature-Move zu gehen. Weil jetzt dürfte der Pin durchgehen. Oh, eins. Und zwei. Sehr Glück von mir. I don't believe it. The match is over. Tja, dann öffne mal deine Augen. Das Match ist vorbei. Was ein Bild. What the fuck? Ja, ich möchte speichern. Moment mal, kann man überschreiten. Nein! Nein. Oh, okay. Jetzt wird's lästig. Überschreib einfach was jetzt. John Cena sucks. Tribute to the troops. Ist jetzt schon? Oh, krass. Damn. Das ist quasi das... War das ein Paper-Venäne, ne? Oh, shit. Das ist aber hübsch da. Oh, ich glaub, das war sogar das, wo... Okay. Na, will ich jetzt nicht nachgucken. Deprimierend. Ignorieren wir das. Warum? Nein, warum ist der Bildschirm? Hallo? Nein, warum? Äh? Also jetzt wird's landen. Lästig. Lästig, meine ich. Okay. Hinweis. Ich werde MVP heute Abend eins verpassen. Das mach ich für die Soldaten. Ich sollte ihn zur Aufgabe zwingen, damit die Soldaten auf ihre Kosten kommen. Er hat... Ich hab'n Finisher, glaub' ich, ne? Für den Submission Move. Okidoki, Chef. Das bekommen wir hin. Das ist aber eine coole Arena gewesen. MVP hat aber auch eine geile Entrance. Schon immer gehabt. The following contest is scheduled for a one fall. On the way to the ring. From Miami, Florida, weighing in at 248 pounds. Montel, Montavius Porter and MVP. Das ist cool. Das ist sehr cool. Ja, da freuen die Fans natürlich bei Cena. Aber da skippen wir ihn, weil... ...jemanden zur Aufgabe zu bewegen, ist nicht so einfach, glaub' ich. Bam. Quatsch. Ich muss eigentlich nur auf den Kopf gehen, glaub' ich, ne? Weil sein Finisher... Ja, ja, der zählt auf den Kopf. Ziemlich sicher sogar. Nicht ins Auge piksen. Oh, Mann. Was soll denn das? Dann komm, stell auf. Oh, da gehen wir kurz die Puste aus. Was soll denn das denn? Champs hier. Wo sind sie auch da bewegend? Das wird nicht einfach. Oh, shit. Oh, jetzt haben wir's gleich. SDFU, ja. Shot of Agape. Warte mal, wo ist mein Finisher? Jetzt kommt der Finisher. Da ist er. The Five Nucket Shot, war das? Ne, das war der nicht. Wie ist denn sein Finisher? Klick auf. Weiß gar nicht, wie der Finisher ist. Der FU war, äh... Wo er den so schmeißt. Der Five Nucket Shot war, ne? I can see you and so. You can't see me. Ui, Tony. Und damit ist Tony auch spielbar. Oder? Ne, ist er nicht. Bonus freigeschaltet. Oh krass, ich dachte, Tony schaltet man frei. Okay, das passiert dann erst später. Scheinbar. Scheinbar, scheinbar, scheinbar. Okay, nächste Woche. Und zwar in Cincinnati, Ohio. Heimat der Bengals. Skipp. Oh oh, nächste Zwischensequenz. Oh, MVP. Was möchtest du diesmal? Das hast du richtig erkannt. Na klar. Sand im Auge. Tja, das ist auch normal. John Cena ist kein Hero. Ich bin besser als er. Ich bin besser als er. Ich bin besser als alle in den USA. Oh, okay. Ich bin sicker. Ich bin besser als der Beste. Und ich werde etwas über das machen. Okay. Okay. Oh. Ich weiß, in welche Richtung die Story ging. Ich erinnere mich. Das war eine abgespacede Story. Eine wirklich abgespacede Story. Naja. Naja.